Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Assassin's Creed und zwar geht es heute um das Paket östliche Dynastien. Seit Dienstag Impsdorf verfügbar, können wir ja modisch, sagen sie modisch gekleidet, in die Welt hinausziehen, lass dich von der fernöstlichen Mode verzaubern und erschlage deine Gegner mit Waffen, die ebenso tödlich wie elegant sind. Wir haben also das himmlische Gewand, das Schwert von Gouillard, den Shields Wächterlöwe, die Doppelschwertheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit sowie den Kriegsbogen Huys Bogen, wie immer das auch genau ausgesprochen wird. Aber der Bogen soll Bombe sein, habe ich schon gehört, das Gewand sieht super aus, Ganze kostet 1000 Helix-Punkte, also wieder über den Daumen 10 Euro. Aber interessant ist, die Meldung, diese Objekte können im Store mit Helix-Credits erworben werden, ihr könnt sie aber auch in Hekatron auf dem Nomaden-Bazaar finden. Das wäre jetzt das erste Mal, dass ein Paket rauskommt und wirklich sofort direkt verfügbar in den Hekatron ist. Ich werde nachher auf alle Fälle ein großes Hekatron-Opening machen und werde schauen, ob ich Glück habe, schon eins dieser Objekte erhalten zu können. Ich weiß es nicht, lasse ich mich überraschen, werde ich euch auch ein kleines Video zu machen. War ja sowieso schon öfter gewünscht, Hekatron-Opening. Das machen wir, gucken wir dann gemeinsam nach. Und ansonsten mache ich das ja eigentlich immer so, dass ich solche Sets, ich meine, jetzt schaut euch das an, es sieht wirklich Bombe aus, dass ich solche Sets immer innerhalb des Livestreams kaufe, so dass ihr gleich im Livestream seht, was ist drin, was taugt es, wie sieht es aus, wie fühlt es sich an und so weiter und so fort, man gleich einen kleinen Smalltalk darüber halten kann. Deswegen lasse ich solche Käufe immer für den Livestream über und kann dann auch erst direkt über die Waffen berichten, weil ich sie auch halt ja dann erst haben werde, wie gesagt. Das ist für den Livestream vorbehalten, die Sache, ein kleiner Bericht hintendran wird auf alle Fälle von mir dazu folgen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, dieses kleine kurze Infovideo zum östlichen Dynastien-Paket. Ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder im nächsten Video und sage so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.